Nummer 4. Das Erstaunliche am V-Leder EasyWring und CleanTurboMob ist, dass er mehr als 99% der Bakterien entfernen kann. Es besteht also keine Notwendigkeit, für eine gründliche Reinigung scharfe Chemikalien zu verwenden. Der Mikrofaserkopf besteht aus Millionen winziger synthetischer Fasern. Und wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, lösen sich die Fasern und nehmen Schmutz und Bakterien auf. Er ist für alle Hartböden, einschließlich Holz und Laminat, geeignet. Der Kopf ist maschinenwaschbar und kann mehrmals verwendet werden. Wenn Sie den Kopf ersetzen möchten, sind auch Nachfüllpackungen erhältlich. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Perfekt für alle, die ein komplettes Reinigungssystem suchen, mit dem Sie sofort mit der Bodenreinigung beginnen können. Der Lifehide Clean Twist 2.0 enthält alles, was Sie zum Reinigen brauchen. Mit seinem Teleskopstiel, dem Micro-Duo-Wischer, dem Eimer mit Schleudersieb und dem Trolley ist er besonders praktisch und genial. Beim Reinigen von Fliesen muss man sich weder bücken noch schmutzig machen. Der Teleskopstiel ist höhenverstellbar, so dass jeder in der Höhe arbeiten kann, die ihm am besten passt. Die Schaufel mit Zentrifugalsieb ist ebenfalls sehr funktionell. Er hat einen Tragegriff und einen Griffhalter. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Wie Leda bietet Ihnen diesen wirtschaftlichen und praktischen Wischer? Ausgestattet mit einem flachen, schwenkbaren Kopf, ermöglicht er eine einfache Reinigung der Unterseite Ihrer Möbel. Sein 2-in-1-Bezug aus Mikrofaser, der bei 60 Grad in der Maschine waschbar ist, ermöglicht eine optimale Schmutzaufnahme sowie das Entfetten und Schrubben von hartnäckigen Flecken. Die Effizienz des Reinigungsprozesses wird durch die Ausringvorrichtung erhöht, die ein effektives Abwischen ermöglicht, ohne dass die Hände nass werden. Da der Wileda Ultramax mit verschiedenen Nachfülldeckeln wie Ultramax-Sensitive, Ultramax-Mikro- und Cotton-kompatibel ist, können Sie das Zubehör problemlos austauschen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Ausgestattet mit einem Längsstiel für eine einfache Handhabung, wird dieser Wischer mit einem Wassereimer mit Ausguss zum einfachen Entleeren des verbrauchten Wassers geliefert. Seine zwei Fasertypen sorgen für eine wirksame Reinigung des Bodens von allen Arten von Schmutz. Weiße Fasern, die zu 100% aus Mikrofasern bestehen und eine optimale Absorption gewährleisten. Und rote Fasern, mit denen man hartnäckigen Schmutz abkratzen kann, ohne den Boden zu zerkratzen. Um die Zufriedenheit der Benutzer zu gewährleisten, liefert Wileda sein Produkt mit zwei Nachfüllpackungen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020